Hast du dich schon mal an unsere Brown Falsies herangetraut? Das sind wunderschöne feine Wimpernsegmente in 10, 12 und 14 mm in einem aschigen Braunton. Was ich persönlich total gerne mag, ist die Brown Falsies zu kombinieren mit unseren normalen schwarzen Wimpern. Dann behältst du nämlich an den Spitzen den natürlichen Look, hast aber im Ansatz mehr Volumen und Dunkelheit. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ich habe jetzt auf dieser Seite Bare Naked angebracht in 10 mm, weil ich irgendwie diesen natürlichen Look jetzt gerade total gerne mag und die nachher glaube ich wieder runter mache, die zweite Schicht. Und dann die Brown Falsies einfach so tragen werde. Das ist auch das Schöne an den Pre-Glut-Lashers, wenn ihr mal Lust auf eine zweite Schicht habt, um mehr Volumen reinzubringen für einen Anlass, könnt ihr das machen und sie danach einfach wieder abmachen und habt den natürlichen Style so, wie ihr ihn vorher angebracht habt. Was sagt ihr denn im Allgemeinen zu braunen Lash-Extensions? Sollen wir mal eine Mixed-Box mit unterschiedlichen Styles rausbringen? Hättet ihr Lust darauf und wenn ja, was für braunen Töne gefallen euch denn am besten? Ich persönlich mag eher die dunkleren, aschigen, aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielleicht sind ja auch ein paar mit roten oder blonden Wimpern unter euch, die Lust auf ein helleres Braun hätten. Ich bin gespannt auf euer Feedback, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke, danke schönen anesthesiver. Danke fürs